Hey Poeter und willkommen zu diesem Video auf Jöder Poeter. Ich werde der Futschöpter mit den Produkten an der Füge wachsen. Ich habe die Füge in der 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 Füge. Ich habe ein Okay, ansonsten, Zollzentriere, so ein Zollzentriere, dafür passen wir jetzt alle Treckenzentriere. Ich habe ja zwei Tollen in die Lüge an der Kappe. Oh, Moment. So, hast du noch was? Scherz, ist eh die Idee zu sein. Ähm, ja. War, ähm, gut. Hört jeder auf jeden Fall. Oh, so erinnert. Ja, der letzte Titel hier ist entgegen, äh, warum machen wir das in der Kunde? Dann, ich hab jetzt erst gesagt, er hat beides, äh, ihre Musik kaputt, äh. Und jetzt kannst du wohl wieder in der Wirtschaft ziehen, und so, nur ganz wohl. Die Schö Cancel, die sind 2,5 Euro. Ihr, ja. Ja, berät dich doch mal her. Tychtoe signieren ja, dann. Tych der Pappass hände, brätschern gressen. Wir habe hier, äh, die, äh, leuchtt der Tag, äh, fahrt mir gedacht. Den äh, reitensiv, äh, schappt viele, jäle. Äh, schlepp ihn nur, ko, ab, kommst du über, äh,. Äh, acht, gülter, papperschwein gerne. Ich hab's ja auch schon mit dem Video. Und die beiden. So. So. Und auch so. Und dann haben wir's ja auch schon mit dem Post-it. Ich hab's ja schon mit dem Post-it, weil ich schaffe mir das zu tun. Ja. Ja, das fängt ja sicher an den alten Knorr-Prost. Ich habe zu wieder alten Knorr-Prost. Ich habe zu wieder alten Knorr-Prost in der Branche. Ich habe schon gesagt, das war ein Blumenwacht. Ich habe schon gesagt, das war ein Knorr-Prost. Ich habe schon gesagt, das war ein Knorr-Prost. Ich habe die Flashen. Ich habe Flashen mit einem Knorr-Prost. Ich habe die Flashen, ich habe den Knorr. Aber ich habe die Flashen. Ich habe die Flashen, das hier in der Flashen. Ich habe mich nicht bereit. Das ist noch ein bisschen klassisch Ringer, so man kann es ja so gut entwickeln. Für die Verstärkung ist ein Ringer nicht weiter. Das nächste Ringer ist ja klar. Die hat transparente Ringer. Die sind da. Die sind ganz klar, was wir haben. Wenn es zum Herzen ist, dass die Pfahl nicht weiter sind. Das ist noch ein, dass sie da. Das ist noch ein Ringer. Wenn man braucht mehr, dann kann man fixen. Das ist wichtig, dass die Dividers nicht weiter sind. Dann habe ich hier meine Anteckungen. Die Pfahl, die ich sage auf Dividers. Das kann auch, was wir haben. Die Anteckungen sind sehr gut. Die Pfahl. Die Pfahl. Die Pfahl ist ein ganz einfaches Koffer. Die Pfahl. Das ist nur die Pfahl. Das ist auch eine Pfahl, die ich hierARA oder die Pfahl. Das ist wirklich heute, wo das einsgrosser Pfahl, das. Das ist eine Pfrahlapp. Die Pfahl. Das ist einfach so, dass ich hierher ausgeflößt. Das ist auch sicher. So, jetzt haben wir die Fliber-Henkung in die Kante. Hier ist eine große Bursche. Es ist unmöglich. Es ist wirklich ein Fliber-Henkung. Aber ich werde nicht die Fliber-Henkung in die Kante. Und dann habe ich den Fliber-Henkung in die Kante. Wir haben jetzt in die Pro Minster holen. So, jetzt zur Spendung kann man mit ein Fliber-Henkung in die Fliber-Henkung. Das habe ich noch einen Fliber-Henkung in die Kante. Ich glaube, es war ein A und ein Jäspchen. Man hat auch einen Händen und Händen und Händen. Man hat auch einen Händen und Händen und Händen. Ja, ni führte gärne berätta in den Punkten, ob ihr ihr Lieblings- und Filofax. Und wir skulle eure Sonne haben auch geheimt, wo wir ja machen können. Ja, beraten wir den Enkel jetzt gerne auf uns. Niemand tut mir oft um die Lade-Videos. Tippt in unsere anderen Videos. Zum Beispiel Börjernacht. Ich verstehe dir das Video. Der Slide-in-Bucken. Wie kann man so übt in die Börjern-Betten. Tippt in den Enkel. Man erbt ihn in unsere anderen Videos. So klar, ich finde es was, wie es auch passiert. Bis zum nächsten Mal.